Alarmstimmung. Das Außenministerium erlässt eine Reisewarnung für das beliebte Urlaubsziel Kroatien. Und der Gesundheitsminister ist alarmiert, weil heute gut 280 Neuinfektionen dazugekommen sind. Guten Abend bei der Zeit im Bild. OS-Außenminister Mike Pompeo besucht heute Österreich. Es ist ein Spitzentreffen mit den wichtigsten Politikern und auch mit Kritik an den USA. Und Grenzüberschreitung. Schaulustige machen in Wien Selfies, während Sanitäter um das Leben eines Mannes kämpfen. Das Wetter morgen wird wechselhaft schwül und warm. So deutlich haben wir es schon lange nicht mehr vor Augen geführt bekommen. Corona ist noch längst nicht ausgestanden. 282 Neuinfektionen sind dazugekommen von gestern auf heute. Für den einzelnen Tag ist es der höchste Wert seit dem 10. April. Und auch der Wochendurchschnitt, der zeigt, wie es nach oben geht, der liegt nämlich jetzt bei rund 148 täglichen Neuinfektionen. Im Durchschnitt eben, das hatten wir auch seit Mitte April nicht mehr. Viele Infektionen sind aber so verlaufen, dass es die Betroffenen gar nicht bemerkt haben. In den letzten sieben Tagen haben 24 Prozent der jetzt positiv Getesteten keinerlei Symptome gespürt, sondern die sind etwa durch Umfeld-Screening entdeckt worden. Ein Viertel aller Corona-Fälle wurde aufgespürt, weil Kontaktpersonen von bereits bekannten Angesteckten getestet worden sind. Und noch etwas ist bemerkenswert. Corona trifft inzwischen mehr die Jüngeren. In der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen sind überproportional viele Menschen mit dem Virus angesteckt worden. Das ist ein Trend, der schon seit mehreren Wochen zu beobachten ist. Und auch wo sich die Menschen in den letzten Wochen angesteckt haben, das wissen wir. Von den 5000, die seit Mitte Juni positiv getestet worden sind, stehen rund 1000 davon, also 20 Prozent, im Zusammenhang mit einem Auslandsaufenthalt. Ein großer Teil davon, nämlich 680, lässt sich da auf einen Aufenthalt am Westbalkan, also etwa Kroatien, zurückverfolgen. Und die Tendenz, die war steigend. Diese Prozedur muss nun auch jeder über sich ergehen lassen, der ab Montag 0 Uhr aus Kroatien nach Österreich einreist. Entweder noch kurz vor der Abreise in Kroatien oder in Quarantäne in Österreich wird man einen Corona-Test machen müssen. Jetzt noch nach Kroatien zu reisen, davor wird abgeraten. Wir haben tatsächlich eine auffallende Häufung, eine auffallende Zunahme von Infektionszahlen bei Reiserückkehrern insgesamt. Aber da vor allem bei Menschen, die in Kroatien Urlaub gehabt haben, wenn das Außenministerium jetzt eine Reisewarnung herausgibt, dann hat das Ursachen und Hintergründe. Die Reisewarnung für Kroatien war wohl nach den letzten Testzahlen unausweichlich. Ich weiß, es ist immer kurzfristig. Leider Gottes, die letzten Reisewarnungen waren auch immer kurzfristig. Weil wenn man jetzt sagt, in zwei Wochen, dann bringt das einfach aus dem Pandemie-Standpunkt nichts mehr. Sondern das ist immer eine relativ abrupte Situation. Für jene, die in Kroatien Urlaub nun nicht mehr antreten, die Rechtslage für Stornos ist eindeutig. Es ist ein Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ich kann kostenlos von diesem Vertrag zurücktreten. Reiserückkehrer sollen durch die drohende Quarantäne keine Nachteile im Job erfahren. Wir wollen da ja auch aktiv mit den Unternehmen in Österreich zusammenarbeiten. Die haben ja auch selbst das größte Interesse, dass niemand im Betrieb tätig ist, der infiziert ist. Die Kosten für den Corona-Test bei der Kroatien-Rückreise muss man selbst tragen. Nur wer Krankheitssymptome hat, für den ist der Test gratis. Da gilt es trotzdem noch einiges zu klären. Und unter anderem zu den Hintergründen und Auswirkungen der Reisewarnung für Kroatien ist Außenminister Alexander Schallenberg auch live zu Gast bei Lulorenz-Titelbacher in der ZIB 2 um 22 Uhr. Fast 40.000 Österreicherinnen und Österreicher dürften derzeit in Kroatien Urlaub machen. Sie sollen so schnell wie möglich zurückkommen. Etliche Kroatien-Urlauber sind auch schon wieder daheim und haben das Virus mitgenommen. Schauen wir uns an, wie viele das tatsächlich sind. Mehr als 100 Neuinfektionen alleine in Wien. Erstmals seit vielen Wochen ist die Zahl wieder so hoch. Diese Woche war etwa jeder fünfte positiv Getestete ein Reiserückkehrer, Tendenz stark steigend. Noch vergangene Woche war es nicht einmal jeder zehnte. Mit heute 58 Neuinfektionen gibt es auch im Land Tirol einen starken Anstieg. Zurückzuführen einerseits auf einen Cluster in einem somalischen Kulturverein, andererseits ebenso auf Reiserückkehrer vor allem aus Kroatien. Wir können im Moment relativ gut die Infektionsketten nachverfolgen und damit auch gezielte Maßnahmen direkt dort setzen, wo es auch zu den Infektionen gekommen ist. Ähnlich die Situation in Oberösterreich. Von den heutigen 45 Neuinfektionen gehen zwei Drittel auf das Konto der Reiserückkehrer. Die meisten davon kommen aus Kroatien. 80 Prozent der Fälle gehen auf fünf Staaten zurück, wie gesagt der Westbalkan, Kroatien und Rumänien. Anfang des Sommers hätten noch viele gebucht nach Kroatien und Italien, aber... Mittlerweile ist es aber ungefähr um die Hälfte wieder zurückgegangen, weil die Leute einfach sie trotzdem nicht mehr sicher sind, weil die Zahlen einfach steigen und fallen. Man weiß nicht, was morgen ist. Die Grenzen werden sehr spontan teilweise geschlossen. Reisewarnungen gibt es seitens des österreichischen Außenministeriums, derzeit für insgesamt 31 Länder. Und eben jetzt auch für Kroatien. Und das trifft echt viele Österreicherinnen und Österreicher. Ja, Andreas Boroasch aus unserer ZIP-Inlandsredaktion. Und es ist schon auch recht schnell gegangen. Gestern hat es ja noch geheißen aus Tirol, wir müssen drüber diskutieren, oder wir können drüber diskutieren. Und heute haben wir die Reisewarnung schon. Ist da der Druck doch so groß geworden, reagieren zu müssen? Die gefährliche Entwicklung in Kroatien wird nicht nur von den Verantwortlichen in Österreich, sondern auch von anderen Ländern, wie zum Beispiel Slowenien, mit wachsender Sorge beobachtet. Es ist ja so, dass die Zahlen dort nicht überraschend sind. Man hat gewusst, dass in Kroatien nicht wahnsinnig viel getestet wird. Und viele Urlauber schleppen jetzt eben das Virus von Kroatien nach Österreich ein. Und das will man eben mit dieser schärfsten Reisewarnung verhindern, die sicher nicht leichtfertig verhängt wird. Man versucht einfach jetzt in Österreich das Ausbreiten von unkontrollierten Corona-Klustern zu verhindern, damit wir halbwegs sicher in den Herbst kommen. Nach Kroatien schauen wir noch gleich genauer hin. Sprechen wir jetzt über Österreich. 282 Neuinfektionen sind es bei uns. Einige sind natürlich auf Urlauber zurückzuführen. Es ist auf jeden Fall ordentlich hinaufgegangen. Der Gesundheitsminister sagt, es liegt daran, dass jetzt viel mehr getestet wird. Ist das wirklich so leicht zu erklären? Nicht ganz. Die Zahlen sind sehr unerfreulich, aber auch wenig überraschend. Es war klar, wo wenig getestet wird, findet man auch wenig böse Corona-Cluster. Viele Tests bringen auch viel Infizierte. Und wir sollten ja noch viel mehr testen. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Wir haben in Österreich mehrere Problembereiche. Das sind zum einen eben die Urlauber, Stichwort Kroatien, die aus den Ferien das Cluster, das Virus einschleppen. Allein in Kärnten sind 80 Prozent der Neuinfizierten Heimkehrer aus Kroatien. Also das ist ein ganz großes Problemfeld. Dann haben wir aufgrund der Hitze und der heißen Temperaturen wilde Sommerpartys, wo die Leute die einfachsten Sicherheitsregeln ignorieren. Und auch in den Familien wird immer weniger auf den Abstand geachtet. Das Ergebnis ist bekannt und gibt Anlass zur Sorge. In Österreich versucht man jetzt eben auch mit dieser Reisewarnung, mit dieser Verschärften zu verhindern, dass sich vor dem Herbst noch einmal das Coronavirus unkontrolliert ausbreiten kann. Weil spätestens im Herbst, wenn sich das Leben wieder in die Innenräume, in die Büros und nach innen verlagert, dann wird die Situation auf jeden Fall sowieso automatisch wieder kritischer. Es geht ja jetzt schon mit den Zahlen nach oben. Danke, Andreas Bohusch, für diese Informationen. Ja, ab Sonntag, wie gesagt, ab Sonntagnacht gilt diese Reisewarnung für Kroatien. Und das ist jetzt für viele Urlaubsplanungen da ein schwerer Schlag. Schauen wir uns an, was jetzt zu diesem Schritt tatsächlich geführt hat. Ja, da haben sich manche zu früh gefreut. Viele müssen den schwerverdienten Urlaub jetzt abbrechen oder stornieren. Was ist da eben passiert? Wir können uns die Entwicklung ansehen. Die Zahl der positiven Tests hat heute einen neuen Höchstwert erreicht. 208 Neuinfektionen in Kroatien binnen 24 Stunden. Und beunruhigend ist, von 100 Tests sind 8 positiv, also 8 Prozent logischerweise. Das ist ein deutlicher Anstieg. Und Österreich im Vergleich liegt da nur bei 1,9 Prozent, obwohl der Wert, der bei uns auch gestiegen ist. Und 8 Prozent in Kroatien, das ist auch für die Fachleute der Weltgesundheitsorganisation problematisch. Alles über 5 Prozent ist für Sie ein Hinweis darauf, dass das Virus womöglich außer Kontrolle gerät. Die neue österreichische Reisewarnung für Kroatien, der Aufruf heimzukehren oder den Urlaub nicht anzutreten, führt nicht nur an der Küste der Insel Bol zu Reaktionen. Gäste reisen unverzüglich ab, Reisen werden storniert. In Kroatien sind die Pandemie-Zahlen auf einem Rekordhoch. 208 neue Positivfälle innerhalb von 24 Stunden. Grund, so der Epidemiologe, jugendliche Feiern in Nachtclubs, aber auch im Freien. Ich weiß, Jugend ist die Zeit, in der man nichts anbrennen lässt. Aber das ist nun das Ergebnis. Je weniger Indoor stattfindet, desto mehr versammeln sich im Freien. Innenminister Davo Božinović versucht zu beruhigen. In den Regionen, wo sich die meisten Touristen aus Österreich befinden, gibt es eine günstige epidemiologische Situation. Er weist auch den österreichischen Vorwurf zurück, Kroatien operiere mit falschen Zahlen. Es gibt bei den Tests keine Möglichkeit zu schummeln. Die österreichische Reisewarnung trifft Kroatien. Gerade hat nach der Corona-bedingten Totenhose zu Beginn der Saison der Tourismus begonnen, sich ein wenig zu erholen. Stieg auf etwa 70 Prozent Gästeauslastung gegenüber dem Vorjahr. Für die Rückreisenden heißt es nun, aktueller negativer Test oder Quarantäne, bis ein negativer Test vorliegt. Fragen wir jetzt nach bei unserem Balkan-Korrespondenten Christian Wehrschütz. Es gibt eben diese Gerüchte, dass Kroatien geschummelt hat, dass das offiziell zurückgewiesen wird. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Wie bewerten Sie diese Gerüchte? Ist da was dran? Also ich habe bisher in all den Monaten keinen einzigen Hinweis gefunden, dass Kroatien geschummelt hätte. Es gibt teilweise unterschiedliche Methoden zu testen und unterschiedliche Gruppen, die nach einem positiven Fall auch noch weiter getestet werden. Aber ich habe nirgends gesehen, dass geschummelt worden wäre. Man muss bei Kroatien auch dazu sagen, die regionale Verteilung der Fälle ist sehr unterschiedlich. Wir haben das bekannte Problem mit den Nachtclubs und den Partys in Istrien und Quarantäne, wo eigentlich die Masse der österreichischen Touristen da ist, ist die Zahl sehr gering. Aber Kroatien hat mit dem Feuer gespielt und sich verbrannt, weil man eben die Nachtclubs nicht geschlossen hat. Jetzt kennen Sie viele, die Kroatien oft besuchen, viele, die in Kroatien leben, etwa auch Hoteliers zum Beispiel. Welche Reaktionen bekamen Sie denn von dort heute? Naja, für die war das natürlich ein echter Schock. Einerseits geht es natürlich um die Stornierungen, aber andererseits, heute ist Freitag. Man hat also bei Hotels etwa in Saada versucht, Corona-Tests möglich zu machen, damit die Touristen, die Österreicher, die nach Hause müssen, bereits in Saada einen Test machen können. Aber erstens einmal ist die Kapazität gering und zweitens Freitagnachmittag, wo kriegen Sie da einen Test her? Also wer jetzt morgen oder übermorgen abreist, wird kaum eine Chance haben, in Kroatien einen Test zu machen. Der wird dann eben in Österreich diesen Test machen müssen, während er in der Quarantäne ist. Das ist natürlich für die Hotels und für die Region ein schwerer Schlag. Aber noch einmal, Italien hat ebenfalls bereits Tests eingeführt. Interessant ist, dass das Slowenien noch nicht gemacht hat, was wieder für die unterschiedliche Interpretation spricht. Aber Kroatien hat viel zu lange zugeschaut und das ist jetzt die Konsequenz. In Kraft ist die Reisewarnung dann jedenfalls erst ab Montag um Mitternacht. Danke Christian Werschütz für Ihre Einschätzungen live. Sanktionen gegen Weißrussland, die soll es geben, hat die EU vor kurzem beschlossen, um gegen das brutale Niederschlagen der Proteste gegen Machthaber Lukaschenko ein Zeichen zu setzen. Der hat rund 2000 Demonstranten jetzt wieder freigelassen, die zuvor bei Protesten festgenommen worden waren. Sie berichten von schwerer Folter in den Gefängnissen. Und nicht nur gegen sie geht Lukaschenko da mit großer Härte vor, auch gegen Journalisten, berichtet Carola Schneider. Es fliessen Tränen der Erleichterung, als die Inhaftierten von ihren Angehörigen in die Arme genommen werden. Mehrere tausend bei Protestkundgebungen Festgenommene dürfen heute das Gefängnis verlassen. Sie erzählen von schweren Misshandlungen. Ich habe nichts Ungesetzliches getan und wurde einfach geschlagen. Seit dem Wahlwochenende nehmen Sonderkommandos der Polizei mehr als 6000 Menschen fest. Die meisten unter ihnen friedliche Demonstranten oder zufällige Passanten. Auch Journalisten geraten ins Visier der Polizei. Auf diesen Bildern schlägt ein Beamter einem Reporter die Kamera aus der Hand. Er ist auf mich zugerannt, als ich einen Polizeieinsatz auf einer Kundgebung filmen wollte. Dann hat er mich in den Polizeiwagen geschleift und verprügelt. Das sei kein Einzelfall, betont der Reporter. Die weißrussische Polizei mache seit Wochen regelrecht Jagd auf Journalisten. Sie wollen wohl verhindern, dass es Beweismaterial von ihren Rechtsverletzungen gibt, das später gegen sie verwendet werden könnte. Nun entschuldigt sich der weißrussische Innenminister für die Festnahme vieler Unschuldiger auf den Kundgebungen. Diese gehen unterdessen weiter. Heute protestieren Ärzte gegen Polizeigewalt. In Wien war das heute wegen der Polizeipräsenz kaum zu übersehen. US-Außenminister Mike Pompeo ist in der Stadt und hat die Spitzen der Republik getroffen. Bundespräsident Van der Bellen, Bundeskanzler Kurz und Außenminister Schallenberg etwa. Es sei ein Besuch unter Freunden, sagt Pompeo. Allerdings, es gibt schon durchaus auch Konfliktpunkte zwischen den USA und Österreich. Der formvollendete Corona-Gruß hat Eingang in die hohe Diplomatie gefunden. Bundespräsident Van der Bellen hat den Klimawandel im Gespräch mit Mike Pompeo zum Thema gemacht. Und auch den US-Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Ein Schritt, den Van der Bellen bedauert. Dann geht es weiter zum Schloss Belvedere. Im historischen Ambiente trifft der US-Außenminister seinen Amtskollegen Schallenberg. Der betont die Verbundenheit zwischen beiden Staaten. Ich kann nicht genug unterstreichen, dass wir eine gemeinsame Lebensauffassung gebaut auf gemeinsamen Werten teilen. Das bezieht sich auf Gewaltentrennung, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie oder Menschenrechte. Österreich und die USA wollen in Zukunft ihre strategische Partnerschaft vertiefen. Was genau das heißt, bleibt heute offen. Nicht überall ist man sich allerdings einig. So bleibt der US-Außenminister im ZIB-Exklusiv-Interview dabei, dass es richtig gewesen sei, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Wir haben große Fortschritte gemacht, den Spielraum des größten staatlichen Terrorsponsors einzuengen. Der Iran kann der Hezbollah oder den Terrornetzwerken im Irak und in Syrien nicht mehr so viel Geld geben. Wir haben die Welt sicherer gemacht und das war ein direktes Resultat der Entscheidungen des US-Präsidenten. Gefragt nach der bisherigen Reaktion der US-Regierung auf die Corona-Pandemie, zeigt Pompeo mit dem Finger auf China. Das ist aus Wuhan in China gekommen und die Chinesen hatten es in der Hand zu verhindern, dass Hunderttausende sterben. Die Antwort der USA auf die Pandemie sei jedenfalls richtig. Ein Arbeitsessen beim Bundeskanzler rundet den Besuch des US-Chefdiplomaten in Wien ab. Danach geht es für Pompeo weiter nach Warschau. Was sie schon angedeutet hat, das wird heute recht konkret. Die Corona-Krise reißt tiefe Löcher in die Budgets der heimischen Sozialversicherungen. Mehrere ihrer Stellen befürchten höhere Defizite als ohnehin schon befürchtet. Die große österreichische Gesundheitskasse ÖGK rechnet mit 450 Millionen Euro Minus. Der Ruf nach Staatshilfe wird deshalb lauter. Die hohe Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise sorgt für leere Kassen bei den Sozialversicherungen. Denn wer nicht arbeitet, zahlt auch keine Beiträge. Das trifft vor allem die österreichische Gesundheitskasse ÖGK mit sieben Millionen Versicherten der größte Sozialversicherungsträger. Sie befürchtet für heuer ein Defizit von 447 Millionen Euro. Im Februar war man noch von 175 Millionen Minus ausgegangen. Die Sozialversicherung der Selbstständigen, SVS, rechnet jetzt mit einem Minus von 23 Millionen Euro. Vor der Corona-Krise hatte man noch einen Überschuss von 40 Millionen Euro geplant. Und bei der Versicherung für Beamte und Eisenbahner, BVAEB, wächst das Minus auf 88 Millionen Euro. Im Februar war man noch von 80 Millionen ausgegangen. Der Staat solle den Kassen aushelfen, fordert nun etwa die ÖGK. Andernfalls müsse man Leistungen kürzen. Das werde nicht passieren, sagt heute Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Nächste Woche sollen Gespräche stattfinden. Auch der Patientenanwalt ist zuversichtlich. Ich habe jetzt keine Sorge, dass das übliche Leistungsniveau, das wir in den letzten Jahren erreicht haben, dass das wesentlich eingeschränkt wird. Ich habe aber sehr wohl Sorgen, was zukünftige Erweiterungen des Leistungsniveaus betrifft. So würden etwa in der Krebsbehandlung demnächst teure, aber vielversprechende Medikamente auf den Markt kommen. Ob sich Österreichs Sozialversicherungen diese dann auch leisten können, ist fraglich. Der Aufnahmetest für die Medizinunis läuft gerade wieder Jahr für Jahr eine nervenaufreibende Hürde, die es für die Bewerberinnen und Bewerber da zu überwinden gilt. Heuer allerdings in diesem Pandemie ja so eine Massenveranstaltung mit österreichweit. Insgesamt fast 12.500 Menschen eben Corona-gerecht über die Bühne zu bringen, das heißt schon was. Ähnlich wie beim Check-in am Flughafen heißt es für die 4.362 Bewerberinnen und Bewerber am Messegelände Wien anstellen. Nach dem Sicherheitskonzept der MedUni idealerweise nicht länger als 15 Minuten. Manche warten seit einer Stunde auf die Temperatur- und Ausweiskontrolle. Es ist alles ein bisschen umständlicher und mühsamer. Ich war letztes Jahr auch schon dabei. Sehr vermühsamer, weil man muss die ganze Strecke, wenn man sich da anstellt, die Maske tragen. Am Platz darf die Maske dann abgenommen werden. Ein spezielles Lüftungskonzept soll das Ansteckungsrisiko minimieren und dafür sorgen. Dass wir drinnen eine Situation haben wie draußen. Das heißt, dass die Luftsituation wirklich ein enormer Sicherheitsfaktor ist für den Schutz vor Infektionen. Eine separate Frage zum Coronavirus hat es in diesem Jahr nicht gegeben. Auch wurde der achtstündige Test nicht verkürzt, weil... Es würde die Fairness und auch sozusagen die Auswertung dieses Tests, dass es allen Standards und allen Qualitätskriterien entspricht, einfach nicht gerecht werden. Um teilnehmen zu können, musste jeder Bewerber, jede Bewerberin eine Administrationsgebühr von 110 Euro bezahlen. Für jeden Zehnten wird es einen Studienplatz geben. Obwohl noch mitten in den Sommerferien gibt es Aufregungen an einer Schule, die gleich einen ganzen Ort in Aufruf ersetzt. Denn mit dem kommenden Schuljahr soll die Direktorin in Raber bei Graz wieder an die Schule zurückkommen. Das wollen aber Eltern, Lehrer und auch die Gemeinde nicht. Sie sagen, unter der Direktorin sei in der Vergangenheit zu viel vorgefallen. Kein gutes Zeugnis stellen die Betroffenen jener Direktorin aus, die nach zwei Jahren Pause ab Herbst hier wieder die Leitung übernehmen soll. Von autoritärem Führungsstil ist die Rede. Gemeinde sowie Eltern und Lehrervertreter protestieren. Von der Gemeindeseite her lehnen wir ein Zurückkommen von der V-Direktorin an die Volksschule Raber dezidiert ab. Und wir werden auch in Zukunft, wenn es nötig ist, weitere rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Rechtlich gesehen hat die ehemalige Direktorin aber Anspruch auf diese Stelle, heißt es von der Bildungsdirektion. Es habe eine Überprüfung gegeben, die besagt, dass die Direktorin dienstfähig sei. Und die betroffenen Personen sind angehalten, wenn es wieder zu Schwierigkeiten kommen sollte, was wir nicht hoffen, aber was möglich ist, schnell darüber die Behörde zu informieren, dass die Behörde auch entsprechend reagieren kann. Man werde in Kooperation mit dem Schulpsychologen engmaschig kontrollieren. In der Lehrerschaft sieht man dem Herbst trotzdem mit Skepsis entgegen. Zahlreiche Lehrpersonen seien bereits gegangen, schildert eine Lehrkraft anonym. Die konnten nicht mehr schlafen, sie haben psychische Probleme gehabt, die Luft war zum Schneiden. Die Kollegen sind ratlos, weil eigentlich die Angst lähmt. Laut Bildungsdirektion gebe es kommende Woche noch ein abschließendes Gespräch mit der Betroffenen. Erst dann möchte sie selbst laut ihrem Anwalt Stellung nehmen. Was soll man dazu sagen, wenn ein Rettungshubschrauber-Einsatz zum Selfiespektakel wird? Wie gerade in Wien sehen Sie gleich nach den Meldungen des Tages. Im Herbst einen Arbeitskampf geben, das berichtet der Kurier. Grund ist die steigende Belastung des Personals durch die Abwicklung der Kurzarbeit und der hohen Arbeitslosigkeit. Der Betriebsrat fordert von der Politik zusätzlich 650 Planstellen und will die Bereitschaft zu Kampfmaßnahmen in einer Urabstimmung abfragen. Die Salzburger Festspiele haben Studien beauftragt, um ihr immer wieder diskutiertes Logo überprüfen zu lassen. Die Grafikerin Leopoldine Woitig, die das Logo 1928 gestaltet hat, soll später mit den Nationalsozialisten sympathisiert und vom NS-Regime profitiert haben. Im US-Bundesstaat Kalifornien wüten wieder dutzende Waldbrände. In der Nähe von Los Angeles haben in der Nacht auf heute Bewohner vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen. Die Einsatzkräfte versuchen, die Brände unter Kontrolle zu bekommen. Durch Trockenheit, Hitze und starken Wind breiten sich die Flammen aber immer weiter aus. Mit Schaulustigen und Gaffern haben die Einsatzkräfte oft zu kämpfen. Ein besonders heftiger Fall wird aus Wien berichtet. Da hat das Team eines Rettungselikopters um das Leben eines Herzinfarktpatienten gekämpft. Und gleichzeitig haben Passanten Selfie-Fotos direkt beim Hubschrauber gemacht. Nicht nur die Retter sind empört über dieses Verhalten. Während die Wiener Berufsrettung ganz in der Nähe versucht, das Infarktopfer zu reanimieren, nützen die Passanten die Situation, um vor dem Rettungshubschrauber ihre Selfies zu schießen. Strafbar wäre eine Behinderung des Rettungseinsatzes, das sei hier zwar nicht der Fall gewesen, wird betont. Dass Schaulustige mit ihren Handys zu nahe kommen, ohne Rücksicht auf die Patienten, sei aber leider ein häufiges Phänomen. Uns ist wichtig, dass bei allem Interesse für das Einsatzgeschehen doch ganz wichtig ist, eine Distanz zu wahren. Und vor allem auch keine Fotos oder Filme zu machen, insbesondere wenn dann Patienten zu sehen wären oder in die Fahrzeuge eingeladen werden oder mit Patientenversorgung gerade stattfindet. Auch das sei eine Form von Selbstverantwortung und Taktgefühl, so der Appell. Literatur ist oft Politik, ganz bestimmt in diesem Fall. Der irisch-amerikanische Schriftsteller Colin McCain legt ein neues Werk vor über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Israeli und einem Palästinenser. Das bekommt gerade in diesen Tagen eine sehr aktuelle Bedeutung, weil Israel und die arabischen Emirate ihre Beziehungen normalisieren, was für die Palästinenser wiederum ein Affront ist. Zwei Männer, zwei Leben, ein Schicksal. Apairogon erzählt die wahre Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Rami El Hanan ist Israeli und Basam Aramin Palästinenser. Beide haben ihre Töchter verloren. Die eine starb bei einem palästinensischen Selbstmordattentat, die andere durch die Kugel eines israelischen Grenzpolizisten. Seit über zehn Jahren setzen sich die Männer für Frieden in der Nahostregion ein. Diese Männer kommen von einem Ort, an dem sie eigentlich Feinde sein müssten. Aber sie sind Freunde. Und sie haben sich dazu entschlossen, die Kraft ihrer Trauer als Waffe im Kampf für den Frieden zu nutzen. Das gibt Hoffnung. Meist sind es reale Biografien und weltpolitische Ereignisse, die der in New York lebende Autor Colin McCain in seinen Büchern zur Literatur verarbeitet. Meine Mission ist, die Leser ein bisschen zu irritieren, ihre Herzen zu öffnen, aber nicht zu erklären, wie sie denken sollen. Apairogon ist ergreifend erzählt und poetisch zugleich. Der Roman verdeutlicht, dass die Wahrheit unendlich viele Seiten hat. Was ist wahr, was stimmt und was stimmt nicht? Das fragen sich gerade auch die Formel-1-Fans. Denn es gibt Gerüchte über eine vorzeitige Trennung von Sebastian Vettel und Ferrari. Aber der Rennstall dimittiert. Erfahren Sie gleich mehr im Sport. Absolut zutreffend und zu 100 Prozent wahr ist die Aussage, dass Christa Kummer Ihnen gleich den Wetterbericht präsentieren wird. Und wir erwarten Sie verlässlich auch morgen wieder hier an dieser Stelle. Heute sagen wir danke fürs Zuschauen. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.